Musik 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 Muss ich vielleicht noch kurz was fahren Denn dann baue ich mich einfach Außen hoch So Mal Meiere mit Sand Musik 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 Ganz einfach. Das zeige ich euch, dass es komplett einfach wäre, wenn der nicht da wäre. Oder wenn, 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 ähm, ich meine, wenn der sich jetzt nicht teleportieren würde. Oh. Kann ich mir aufnehmen. So. Oh, da gibt's ja auch noch Kästen. So, 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 so. Endopern, Diamanten, 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 Potion. LOL. Big Brown Pack, Backpack, LOL. Okay, sehr gut. Iron Big Sword. LOL. Wie groß ist denn der Big? Oh, da kommt ja was zusammen. Okay, hier geht nix mehr rein. Ähm, das, das, das. Da, 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 dann ist der auch voll. Halt. Da kommt das noch rein. Da kommt dann einfach das, da, das, da, das, dann das. Ah, das kann die nicht da rein. So. Braun und schwarz sind voll. Mich luk auf. Okay, die sind leer. Ich geh jetzt einfach mal so nach oben. Jetzt weiß ich, warum da einer drin steht mit 500 Leben, du. Das weiß ich, das auch. So. Hier alles ausräumen. Pfeile, Pfeile sind sehr gut. Essen ist auch gut. Ich weiß nicht, was es war. Habe ich nicht so schnell sehen können. Oh ja, Erze. Was ist denn das? Ach du, Kacke. Was ist denn das? Ironblades. Chespel. Ja, gut. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es hört sich gut an. So. Ich pack da einfach mal alles rein. Ich hab jetzt so das gleiche. Ironblades. Kale. Was weiß ich was. So, dann haben wir das ausgeräumt. Alter. Nee, fuck. Das ist da. Das TNT ist ja noch da unten. Fuck. Wo ist der? Alter, ich hab... Ich schalte mir jetzt nicht so in die Hose, damit der jetzt da reinkommt. Der hat mich ja nicht angegriffen, weil der mich nicht gesehen hat. So. Okay, gut. Ich weiß zwar nicht, für was ich das hier immer aussage, aber... Wir haben... Wir haben TNT. So viel... Ist sicher. So. Jetzt weiß ich auch eins. Ich werd oben rausgehen und nicht unten. Das steht fest. Das steht auf jeden Fall fest. So. Denn ich will ganz sicher nicht da unten rumlaufen. So. Abgang. Puh. Ähm. Jetzt guck ich erst mal auf die Map. Okay, jetzt sind wir hier. Ähm. Dann würde ich mal sagen, dass ich hier einfach mal so nach unten fahre. Hallo. So, jetzt. So. Die zwei Stiffe haben wir ja ausgenommen. Und da ist ein Ben bei uns im Test. Ja, gut. Tu. Na. Ne, da geh ich jetzt nicht runter, das ist mir zu anstrengend. naja, komm jetzt ist er zu weit weg. Jetzt können wir nichts mehr ändern. Oh, das ist nur mal... Oh, da ist noch mal ein Schiff. Und da sind so... komische Pflanzen. Oh, wow, 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 wow. Ich steige jetzt hier einfach aus. So. Ich wollte gerade schon sagen, die Skelette treffen mich ja eh nicht. Aber falsch geht er. Ah, das geht gleich down. Puh. Halt. Was 35 schon wieder? Richtig gross. Ah, die wollte ich da eben noch anbauen. Ich wollte das Feld noch machen, bevor ich gehe. Ah, schieb. Boom. Puh. Ah, ja komm. Kann ich nicht sein, dann. So. What? So, Steam meld sich mal wieder zu Wort. Da oben ist noch so... noch mehr so... Blöde Pflanzen. Oh. Wow. Oh. 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 so da hinten sehen wir schon unser turm den wir gleich ausnehmen aber davor nehmen wir hier dieses grünzeug noch mit aber wir gehen erst zu dem kleinen nicht herunterfallen